Liebe Leute, ich bin es euch, und wir befinden uns hier in der heißen Phase, denn es sind nicht die Oscars, nicht die Golden Globes, nein besser, es sind die Crunchyroll Anime, ja was? Und es ist Zeit, dass wir entscheiden, was der beste Anime des Jahres war. Und ich würde einfach mal sagen, wir werden uns hier, ähm, diesen schönen Fragen jetzt hier mal kurz zusammen widmen. Und ich muss natürlich zu meiner Schande gestehen, dass ich hier auch wahrscheinlich alle, wahrscheinlich mal ein Großteil der Animes auf dieser Liste, äh, gesehen habe. Aber ich würde einfach trotzdem kurz meine Stimme abgegeben. Und, äh, da Anime des Jahres eigentlich die wichtigste Kategorie ist, werden wir die einfach mal, ähm, drücken, weglassen. Und dann werden wir hier, äh, zum Ende dann wieder kommen. Also ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt hier einfach mal durch. Äh, das finde ich ja wirklich ganz schön, wie sie das hier gemacht haben, mit hier so einer kleinen, äh, Show. Oh, oh ja. Also liebe Leute, bester Original der Anime. Das ist schon mal eine gute, gute Frage, liebe Leute, weil ich musste meine Schande, äh, sagen, dass ich außer Lycoyle, äh, Lycoyle, ehrlich gesagt, keinen kenne. Deswegen nehmen wir den da, zack. So, dann haben wir da einmal abgestimmt und dann geht's zur nächsten Kategorie. Jetzt wird's hoffentlich ein bisschen besser. Also, bestes Charakterdesign, äh, haben wir hier, äh, Akira Matsumi Ufo Table. Dann haben wir hier, äh, Studio Wirt, ähm, mit natürlich Spy X Family. Aber ganz ernsthaft, Leute, also, auch wenn ich natürlich, äh, hier Demon Slayer gut finde, Leute. Also wenn es um Design geht, also wenn es jetzt um Animations geht, dann hat natürlich Ufo Table gewonnen. Aber Leute, äh, bestes Design hat auf jeden Fall, also meinen Augen zumindestens, äh, mein guter Boy. Der beste Boy, nämlich Bocci hier gewonnen. Und natürlich Ranking of Kids, super, ja, der, auf jeden Fall. So, nächste Kategorie. So, was haben wir? Bester Original, okay, liebe Leute, äh, da muss man gar nicht machen. Äh, sorry, Demon Slayer. Also, Leute, man, der Endfight dieser Staffel, Mann, er ist so legendär, einfach wie Tengen da einfach so abgegeben hat. Das ist also wirklich der Moment, so, der dieses Jahr einfach, ähm, das Internet zerstört hat. So, äh, ein bisschen neue Serie. Haben wir jetzt, äh, was ist denn nicht? Also, liebe Leute, da muss ich jetzt zweitens schon sagen. Wie normal, dass ich keinen davon gesehen habe. Das Einzige, was ich, äh, also, Spy X Family habe eben ein paar Manga-Chapters gelesen. Cyberpunk Angels leider nicht. Aber ich stimme einfach für Your Boy Coming Up, einfach weil, ähm, ja, das Opening so mega gut ist. So, äh, bist du weiterlaufende Serie, liebe Leute? Oh, liebe Leute. Also, okay, das ist, das ist jetzt eine fiese Frage. Ähm, Medienbiscount ich leider auch noch nicht sehen, weil ich, äh, kein Universe, glaube ich, habe. Eric und Hyten waren natürlich mega cool, die Final Final Season, weil jetzt kommt ja die Final 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 Season. Die Bissle war gut, aber, liebe Leute, ähm, Leute, One Piece ist einfach King, Mann. So, liebe Leute, nichts. Man muss einfach, man muss einfach immer für Mon Pi stehen. So, Best Opening, okay, das ist meine Sache, wo ich mal jetzt hier wirklich, äh, fragen kann, weil, da können ich jetzt, äh, wirklich alle. Also, ähm, äh, Chiki-Chiki-Bam-Bam, ah, Chiki-Bam-Bam, ah, Chiki-Bam-Bam. Oh, komm, nee, da kommt wieder der Nenst, MC-Mafix. Äh, ist mega gut. Äh, Naked Hero. Oh, Leute, Mann, jetzt muss ich gerade überlegen. Liebe Leute, Naked Heroes ist doch das, äh, erste Opening, gell? Und das erste Opening eigentlich, ah, nee, doch, das ist das zweite. Nee, 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 dann ist alles gut Das zweite Opening, ähm, gewinnt hier Also, okay Ganz ernsthaft, Mann, mein Boy Bochy gewinnt hier natürlich Also, wie gesagt, alle Openings sind mega geil Also, besonders das Rumbling ist natürlich wer Und, okay, ah, das ist auch, Leute, ist das schwer, weil es Eimer ist Ähm, aber, Leute, Naked Hero gewinnt Das war das Opening, also übrigens das beste Opening dieses Jahres Das ist auf jeden Fall, äh, aus, äh, Mob Psycho Season 3 Aber, danach würde ich hier das sagen Naked Hero ist so gut, Mann Äh, allein die Animationen, die da sind, so Gold wert Und der Song passt so gut dazu Und da gibt's richtig ein paar Magic Moments, also Will ich hier So, äh, Best Ending Da kenne ich jetzt nicht alle, aber zumindest die Aber da gewinnt Attack on Titan Das ist auch ein mega cooles, Mann Das ist so, das ist so schön animiert Und hat also, im Gegensatz zu dem Richtig actionreichen, äh, Intro Dann, äh, fast, äh, ein bisschen ruhiger So, äh, Yuki Katsura natürlich hier, Gott, äh Macht er, hat natürlich auch die Fateser Soundtracks gemacht Akira Yamaoka? Ähm, ist das, ist das der Cool Das ist der, ähm, Silent Hill Komponist Wenn ich mich jetzt nicht hier ganz erinnere Ah, Hiroko, also Hiroko Samana ist natürlich der Gott der Soundtracks Aber hier gewinnt Kevin Perkin Ähm, ich hab mir den noch nicht komplett angeschaut Wie gesagt, weil ich die Serie noch nicht, äh, angeschaut habe Aber, ähm, sehr, sehr geil Auch nett, äh, weil es halt auch, äh, muss man auch erwähnen hier Ausnahmsweise, kein Japaner Das ist der einzige, hätte ich jetzt mal von den Namen gesagt Äh, ein Australier Und der Soundtrack von Mädchen, da bist du so magisch Also, erste und zweite Season Sehr, sehr schön So, äh, bester Film? Juhu, Leute Wo ist er? One Piece Red, freilich Äh, ich muss sagen, äh, ich fand ja die Serie für Jujutsu Kaisen Fand ich in Ordnung, ist nicht so gut Also, gut, aber jetzt nicht so, wie es gehypt wird Aber der Film war mega Der Film hat mir deutlich besser gefallen Aber, liebe Leute, äh, alles für Uta-chan So Was haben wir denn noch? Äh, bester Anime-Song Fuhu, äh Also, okay, wir werden wieder rumbling Aber ich wähle hier natürlich dann meine gute Ado Denn Ado braucht Liebe Und, äh, das Soundtrack ist gut Also, es ist eigentlich schade, dass hier das, äh, neue Ära ist Weil das müsste dieses leichte Lied, was am Anfang gesungen wird, äh, sein Aber, Leute, da gibt's ein paar, wo sie richtig aggro ist Und, äh, das ist eigentlich das Highlight Aber nur gut So, bester Regie Okay, ähm Ich hab so wenig für Attack of Titan abgestimmt Ne, ich, äh, ich will wieder für meinen Boy Also, wisst ihr, ähm, ganz ernsthaft Wenn ihr mich fragt, was mein bester Anime ist Dann ist es Mob Psycho Season 3 Ich weiß nicht, wieso das hier keinmal einziges Mal auftaucht, aber, naja, ist halt so Ähm, der Most Hyped Anime ist auf jeden Fall Demon Slayer Aber Attack of Titan war natürlich auch mega, 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 mega gut Aber, ganz ernsthaft Ich muss echt sagen, Break of Kings hab ich mega gefeiert Aber ich würde jetzt echt sagen, naja, hier muss ich jetzt für Attack of Titan stimmen Weil Attack of Titan hat's das wirklich geschafft, weil sie zum Ende so gut aufgebaut Und das ist natürlich das Zeichnische Wir haben schon öfters für meinen Boy Boji gestimmt, Mann So, bester Hauptcharakter Mmm, Boji, Boji Leute, wollen wir einen manischen Depressiven, der die ganze Welt umbringen will, wählen? Ne, mein Boy Boji, liebe Leute, Boji Alles für Boji, Mann Der Typ ist so süß, Mann So, neben Charakter Mmm, Tengen, Tengen Auf jeden Fall Tengen, Mann Der Isaga, liebe Leute, so ein cooler Hund Mein Zweitlieblings von den Hashidas So, Must Protect Oh, da muss Boji rein, liebe Leute Natürlich immer Boji Eigentlich ist mein ganzes Voting Schaut euch auf gut Deutsch Könnt ihr mein Voting damit bezeichnen Indem ich euch sage Hey, schaut euch Ranking of Kings an So, beste Action Okay, Demon Slayer Liebe Leute, das war definitiv Also, ganz ernsthaft Nein, 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 nein Wieder Abstand, Mann Wie gesagt, ja, fein, Mann So, was haben wir beste Komödie? Ähm, definitiv Kaguya Summer Aber, äh, da muss ich sagen Habe ich erst die ersten zwei Folgen von der dritten Season angeschaut Aber, ich denke einfach mal Allein durch die Folgen Und natürlich die Qualität der vorherigen Teile Kann man das sagen So, bestraber Attack on Titan Eren Nachdem jetzt endlich die Final, 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 Final Season angekündigt wurde Verhältnis Also, ich wüsste, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass Demon Slayer mehr Fantasy ist als Attack on Titan Aber, wird schon seinen Grund haben Ähm, dann wähle ich jetzt Demon Slayer So, liebe Leute So, beste Romanze Kaguya Summer Definitiv Übrigens, äh, das beste Paar Ist einfach Ishigami Wie er versucht Äh, das ist das beste Romanze Wie Ishigami versucht einfach normal zu sein Normalität und Ishigami Das ist die beste Rom-Com darin So, äh, was haben wir? Beste Schauspiel Äh, auch, äh, würde ich Da muss ich jetzt sagen, ein Schauspieler Auf jeden Fall Ich muss Das ist, äh, oder? Yuki, Kaji Ich würde schon mal dabei stehen Ja Also, der, der Seine depressive Minakulische Art war für ihn Sehr gut So, deutsches Soundtrack Mhh Okay, das tut mir jetzt ein bisschen schwer Weil ich, ehrlich gesagt, nur Uwe Thompson und Lara Traubmann davon kenne Aber Da ich mir den Film auch auf Deutsch angeschaut habe Und genau, das ist vom Hauptcharakter Äh, und der sehr gut war Wähle ich hier So, okay Nächste Kategorie Und dann Natürlich Die wichtigste Kategorie Der Anime des Jahres Also, wie gesagt Der beste Anime des Jahres War Monster High School Season 3 Ich betone das immer wieder gerne Äh, mein Boy Mob Ähm Und jetzt wird schwer Also, okay Die rechte Seite kann ich ignorieren Weil ich sie nicht angeschaut habe Die linke Seite schauen wir uns aber hier an Also Attack on Titan Äh, Season 2 Part 2 Muss ich ja fast wählen Weil, äh Es ist Absolut spitze gewesen Ich war da Also, ich weiß ja noch Es war einfach Es war der krasseste Sonntag Am Anfang des Jahres Erst Attack on Titan Äh, nee Erst Mompiece Dann Äh Demon Slayer Und dann Attack on Titan Und es war halt einfach der Mörder Sonntag Der dich halt einfach vernichtet hat Besonders, weil dann Warpiece langsam richtig spannend danach wurde Und Saumäßig cool Ähm Rang of Kings Wie gesagt War für mich jetzt wieder mein Highlight Freue ich mich, äh Dass ich, äh Auf den Ruf Auf den Ruf der Community gehört habe Und, äh Aus meiner Community Und den, äh Mir angeschaut habe War eine super Reise Aber ich muss natürlich auch Äh Das ist das Einzige Was man sehen kann Das ist natürlich noch der Anfang der Reise Während die beiden ja schon deutlich weiter Sind Deswegen finde ich Muss man auch hier weiter Äh Das berücksichtigen Aber natürlich, äh Bochy Super, super, super Äh Demon Slayer Wie gesagt War halt einfach geil Aber Ich wähle Attack on Titan Ganz einfach Äh Es ist meines Erachtens Die beste Arc in Demon Slayer gewesen Aber ich fand Attack on Titan Hat einfach mit der Season Hat einfach alles gewonnen Also ganz ernsthaft Ähm Anniperation waren top Story war top Wendungen waren Super Und das wie gesagt Ehr einfach komplett hier Was auch immer Äh Ausrastet Ne Liebe Leute Deswegen will ich hier Attack on Titan Season Part Season Final Part 2 Zu meinem Anime des Jahres So Da haben wir es Und jetzt stimme ich irgendwie noch auf Twitter ab So Twitter wir nochmal liebe Leute Damit es die ganze Welt weiß Und dann würde ich mal sagen War es Okay liebe Leute Äh Sicher Nein 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 Jetzt habe ich irgendwo schönes weggekriegt Naja Äh Hier gibt es auch noch zwei Kategorien Ein Sonnensurpreis für herausragende Leistung Und der Prisoner Choice Da äh Jo Kommt man noch nicht Ähm Ähm Da kommt man noch nicht Das stimmt dir ab Aber nun gut liebe Leute Schreibt mir doch gerne in die Kommentare Was ihr so votet Denn liebe Leute Es gab hier natürlich einige coole Anemies Und ich hoffe Ihr votet auch mit Und seid dann gespannt hier Denn Anfang März glaube ich Ist dann die große Entscheidung Und wir erfahren Wer Zumindest bei den Crunchy Ball Was Der beste Anemie Der beste Anemie Ich hab Ja liebe Leute Schreibt mir doch gerne in die Kommentare Für was ihr abgestimmt habt Ich war so ein Zwarfix Und vielen Dank fürs Zuschauen